So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, wieder eine neue Weide neu geöffnet. Und da haben sie Freude. Immer. Da die Kälber. Die Kälber sind den falschen Weg gelaufen. Lieber Freunde, wir haben euch da beim Bauerhause. Kartoffelroden. Diesmal bei Bauerhause, jawohl. Anroben. Feld in der Mitte unterteilen. Dann roben wir so raus und so raus. Von der Mitte weg. Da die Kälber. Dann roben wir so raus. Dann roben wir so raus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 AGRIA, es gibt viele grosse Kartoffeln. Ich fahre nur so 1,3 Stundenkilometer, damit die Anne vorne oder auf der Maschine, die auch kontrollieren kann, erlesen kann, wüsste, schlechte Baulein, zu grosse müssen da raus. Der Bauhaus wünscht allen eine gute Kartoffelernte, viel Ertrag, schöne Knollen, gut siebbare Erde. Einen schönen Abend, tschüss zusammen.